Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. Gerade in den letzten Tagen haben mich viele Nachrichten in die Richtung jetzt schon Butterpilze, Goldröhrlinge zwei bis drei Monate zu früh und so weiter erreicht. Aus diesem Grund möchte ich auf ein paar typische Frühstarterröhrlinge abseits der Flockenhexen eingehen. Zwar ist es tatsächlich so, dass Butterpilze, Goldröhrlinge und Co. im April vielerorts außergewöhnlich sind, allerdings können und konnten diese Frühstarterarten bei passenden Bedingungen schon immer auch weit verbreitet ab Mai gefunden werden. Ab wann und vor allem wo ihr diese beliebten Speisepilze finden könnt, wie es mit der Verwechslungsgefahr und den Kernmerkmalen aussieht und was bei der Zubereitung zu beachten ist, all das in diesem Video. Der Butterpilz Der Butterpilz ist ein Symbiosepilz, der sandige Böden und junge Kiefern bevorzugt. Überall da, wo diese beiden Faktoren zusammentreffen, sind die schönsten Funde möglich. Geheimtipp Alte, stillgelegte Kiesgruben oder der Rand von Kiesgruben generell. In in Anführungszeichen normalen Jahren sollte man nicht wirklich vor dem Monatswechsel April, Mai mit Vorkommen des Butterpilzes rechnen. Allerdings wurden dieses Jahr auch in Deutschland schon einige Funde der Art gemacht und gemeldet. Woran kann ich denn den Butterpilz erkennen? Anbei kurz und bündig die Kernmerkmale. Hutdurchmesser bis zu 12 cm, lila bräunliche bis rotbräunliche Hutfarben, feuchtschmierige, trocken klebrige Hutoberseite, Hutunterseite mit hellgelblich bis leuchtend gelblich gefärbten Röhren, die jung von einem weißen, blickdichten Schleier verdeckt sind. Mit zunehmendem Alter reißt der Schleier auf und bleibt als Stielring zurück. Stiel ist voll, gelblich gefärbt und mit bräunlichen Punkten besetzt. Fleisch, weißlich bis weißgelblich gefärbt, sehr fest und sehr aromatisch im Geruch und Geschmack der Speisewert. Der Butterpilz ist einer der besten, bekanntesten und beliebtesten Speisepilze überhaupt. Die Art eignet sich zwar auch für Mischgerichte, besitzt aber einen so tollen Eigengeschmack, dass die Art auch einzeln verarbeitet werden kann. Besonders größere Butterpilze können dünn aufgeschnitten, mit etwas Salz und einer Prise Zucker gewürzt, paniert und frittiert werden. Der Zucker und das Salz verstärken das tolle Aroma der Art und der Knuspermantel bietet dann einen tollen Kontrast zum Fleisch des Butterpilzes. Wie sieht es denn mit den Verwechslungspartnern aus? Das können wir beim Butterpilz eigentlich relativ kurz machen, denn wer einen Röhrling mit feuchtschmieriger und trocken klebriger Hutoberseite auf sandigem Boden bei Kiefern mit den bereits beschriebenen Farben und vor allem einem deutlich ausgeprägten Schleier bzw. Stielring findet, der kann den Butterpilz eigentlich nicht wirklich verwechseln. Ähnliche Arten wie zum Beispiel der ringlose Butterpilz und der Körnchenröhrling besitzen zwar ähnliche Habitatsansprüche, aber keinen Stielring. Der Goldröhrling bzw. Lerchenröhrling besitzt nicht nur andere Farben, sondern auch komplett andere Habitatsansprüche. Er erscheint nämlich bei Lerche und nicht bei Kiefer. Einer der Verwechslungspartner des Butterpilzes ist natürlich der ringlose Butterpilz und um den soll es gleich als nächstes gehen. Auch der ringlose Butterpilz ist ein Symbiosepilz, der sandige Böden und junge Kiefern bevorzugt. Aber auch bei Fichten soll die Art vorkommen. Der ringlose Butterpilz sollte insgesamt schon seltener ausfallen als der gemeine Butterpilz. Bevorzugt kalkreiche Böden und ist ebenfalls in den meisten Jahren bereits ab Mai, dieses Jahr ebenfalls ab jetzt zu finden. Auch vom ringlosen Butterpilz mehren sich nämlich seit Mitte April die Fundmeldungen stetig. Wie sieht es denn jetzt mit den Kernmerkmalen des ringlosen Butterpilzes aus? Hultdurchmesser bis zu 12 cm, hellbräunliche bis rot bzw. dunkelbraune Hutfarben, feucht schmierige, trocken klebrige Hutoberseite, Hutunterseite mit gelblich gefärbten Röhren, immer ohne Schleier, kein Stielring, Stiel voll gelblich gefärbt und mit bräunlichen Punkten besetzt. Absolutes Kernmerkmal ist die oft etwas rosalich verfärbte Stielbasis. Fleisch gelblich gefärbt, sehr fest und mit pilzigem Geruch und Geschmack. Fleisch mit Kalilauge, außerdem Lachsrosa verfärbend. Der ringlose Butterpilz ist auch essbar und ein guter und ergiebiger Speisepilz, der geschmacklich vom Aroma her aber leider nicht ganz an den normalen Butterpilz herankommt. So eignet sich der ringlose Butterpilz, so finde ich das zumindest, deutlich besser für Misch als für Einzelgerichte. Was macht die Verwechslungsgefahr? Natürlich werden jetzt viele denken, ringloser Butterpilz ist doch klar, der ist vor allem mit dem normalen Butterpilz zu verwechseln. Das ist aber tatsächlich nicht so. Obwohl beide Arten ähnliche Farben, Größen und Habitatsansprüche besitzen, lassen sich die beiden Arten sehr einfach über das Fehlen oder das Vorhandenseins des Schleiers bei jungen Fruchtkörpern oder des Stielrings bei ausgewachsenen Fruchtkörpern unterscheiden. Viel, viel schwieriger zu unterscheiden ist aus meiner Erfahrung heraus vor allem dann, wenn man nicht genau weiß, worauf man achten muss, der Körnchenröhrling. Zu den Unterschieden Die Stielbasis vom ringlosen Butterpilz ist außen rosa verfärbt, die vom Körnchenröhrling nicht. Zieht man die Huthaut beim ringlosen Butterpilz ab, dann bleibt eine braune Faserung sichtbar, beim Körnchenröhrling nicht. Mit Kalilauge verfärbt sich der ringlose Butterpilz im Fleischlachs rosa, der Körnchenröhrling nicht. Ich verlasse mich bei der Bestimmung zunächst immer auf den Vergleich bei der Stielbasis. Sollte das Merkmal nicht gut ausgeprägt oder zu uneindeutig vorhanden sein, würde ich auf die braune Faserung nach Abziehen der Huthaut achten. Wenn man den geernteten Fruchtkörper nicht für Speisezwecke, sondern nur zur Bestimmung geerntet hat, dann kann man natürlich auch auf die Kalilauge Reaktion prüfen. Eine Verwechslung zwischen dem ringlosen Butterpilz und dem Körnchenröhrling wäre rein auf den Speisewert bezogen, ansonsten auch relativ unkritisch. Beide Arten besitzen ungefähr den gleichen Speisewert. Der Goldröhrling Der Goldröhrling ist zwar ebenfalls ein Symbiosepilz, aber kein Kiefern, sondern ein typischer Lerchenbegleiter. Bei den Verwechslungspartnern vom Butterpilz haben wir es ja schon kurz angerissen. Die Art ist ein wirklich weit verbreiteter Massenpilz, der eigentlich überall dort vorkommt, wo es Lerchen gibt. Das Tolle, der Goldröhrling gehört wirklich zu den absoluten Frühstattern und erscheint in manchen Jahren bei uns sogar noch vor den flockenstieligen Hexenröhrlingen. Also wirklich spätestens ab Mai, in Ausnahmejahren wie 2024 bereits jetzt. Zu den Kernmerkmalen des Goldröhrlings. Das Hutdurchmesser bis zu 12 cm, leuchtend gelbe bis gelb-orange und seltener orange-rote Hutfarben, gerade bei Trockenheit, feuchtschmierige, trocken etwas klebrige Hutoberseite, Hutunterseite mit gelblich gefärbten Röhren, die jung von einem teilweise durchsichtigen schleimigen Schleier verdeckt sind. Kein ausgeprägter Stielring, aber nicht selten eine angedeutete schleimige Ringzone. Stiel voll, gelblich gefärbt und unterhalb der angedeuteten Ringzone gerne etwas orange-rot überfasert. Fleisch ist gelblich gefärbt, aber bei Verletzung etwas rötend bzw. bräunend. Geruch pilzig, aber Geschmack leider nicht so aromatisch wie zum Beispiel beim Butterpilz. Der Goldröhrling ist vor allem jung ein guter und ergiebiger Speisepilz. Aufgrund der Schleimigkeit bei feuchter Witterung bietet es sich an, die Art vor allem bei trockener Witterung zu sammeln. Es wird generell empfohlen, die schleimige Huthaut vor der Zubereitung abzuziehen. Wir verwenden die Goldröhrlinge vor allem in Mischgerichten. Wie sieht es denn mit den Verwechslungspartnern aus? Verwechselt werden kann die Art vor allem mit anderen essbaren Lerchenröhrlingen. Der graue Lerchenröhrling ist leicht anhand der typischen weißlichen, weißgräulichen bzw. grauen Farben vom Goldröhrling zu unterscheiden. Ansonsten sind beide Arten prinzipiell eigentlich identisch. Gleiches Habitat, identische Fruchtkörper, beide essbar. Der graue Lerchenröhrling sollte aufgrund der regionalen Seltenheit aber meist eher geschont werden. Der rostrote Lerchenröhrling ist nochmal deutlich, deutlich seltener und wird deshalb kaum gefunden. Er ist im Goldröhrling aber farblich manchmal dann doch nochmal eine Spur ähnlicher. Man kann aber zusammenfassen, Goldröhrling in der Regel immer mindestens eine Spur gelber, rostroter Lerchenröhrling immer eine Spur orange-roter. Nun solltet ihr die drei Frühstarter unter den Schmierröhrlingen bestimmen können, über die Verwechslungspartner Bescheid wissen, wissen in welchen Habitaten ihr die Art in den nächsten Wochen gezielt suchen könnt und gleichzeitig auch über den Speisewert informiert sein. Aber was genau ist denn jetzt bezüglich der Zubereitung bei allen drei Arten bzw. bei den Schmierröhrlingen generell zu beachten? Schmierröhrlinge gelten tatsächlich als insgesamt eher unverträglich, weshalb man auf folgende Punkte achten sollte, um Probleme mit Unverträglichkeitsreaktionen zu vermeiden. Auf eine ausreichende Garzeit ist unbedingt zu achten. Ausreichend heißt dabei aber nicht pauschal 10, 15 oder gar 20 Minuten. Eine ausreichende Garzeit hängt nämlich von vielen Faktoren ab. Power vom Herd, Pfanne, Feuchtigkeitsgehalt der Fruchtkörper, Größe bzw. viel mehr Dicke der einzelnen Stücke, Menge der Pilze in der Pfanne und so weiter und so weiter. Man kann hier aber zusammenfassen, durch müssen sie auf alle Fälle sein, lieber eine Minute zu lang gegart als zu wenig. Die Huthaut ist bei Schmierröhrlingen oft der unverträglichste Teil der Fruchtkörper. Zum Glück lässt sich diese in der Regel sehr sehr leicht abziehen. Wer nach dem Verzehr von Butterpilzen oder Goldröhrlingen schon mal Probleme hatte und die Huthaut nicht abgezogen hat, der sollte beim nächsten Mal versuchen die Huthaut vor der Zubereitung abzuziehen. Ansonsten sollten die üblichen Grundregeln gelten. Keine zu alten, keine zu kleinen, größer beschädigten oder vielleicht sogar von Schimmel befallene Fruchtkörper für Speisezwecke sammeln. Tipp, auch bei Schmierröhrlingen wie den Butterpilzen oder auch dem Goldröhrling funktioniert der frische bzw. Drucktest. Drückt man das Hutfleisch der genannten Arten, etwas ein und es bleibt eine deutlich sichtbare Delle zurück, dann kann man davon ausgehen, dass der Fund zu alt für den Sammelkorb ist. Mich würde jetzt abschließend interessieren, sind Butterpilze und die Goldröhrlinge vielleicht auch schon in eurer Region angekommen? Was waren eure frühesten Funde der genannten Arten bzw. wann rechnet ihr mit diesen Arten frühestens in eurer Region? Gibt es bei euch in der Region noch weitere Röhrlinge abseits von Flockenhexe und Sommersteinpilz, die relativ früh im Jahr bereits ab Mai bei euch erscheinen? Typische Beispiele sind da sicherlich noch der Körnchenröhrling oder vielleicht auch noch die Birkenrotkappe. Beide Arten konnte ich persönlich aber nie vor Juni oder Juli finden. Ich bin gespannt auf eure Erfahrungen zum Thema, haut es also wie immer ganz ganz gerne in die Tasten und schreibt den ein oder anderen Kommentar. Ja ansonsten hoffe ich natürlich wieder, dass für den ein oder anderen eine neue Information dabei war und ihr die genannten Arten jetzt finden, bestimmen und sicher zubereiten könnt. In diesem Sinne euch allen schöne Funde und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann!